Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war eine langweilige Ehe. Entspann dich einfach, wir kümmern uns um alles. Wir glauben an Mitgefühl als Behandlungsmethode. Dagmas Minde ist kein Heim für Reiche. Wir haben nicht mehr Mittel als andere Pflegeheime. Laut unserer Statistik liegen wir im Schnitt unter einem Medikament pro Tag. Das ist ziemlich niedrig. Der normale Durchschnitt, die wir ziehen. Das klingt ja schlimm. Er wird wütend, wenn er verwirrt ist. Und das passiert leicht. Das war wie eine Explosion in seinem Kopf. Nein! Nein! Was zur Hölle ist das? So was tut man doch niemandem an. Ich verstehe gut, dass du dich so fühlst. Weißt du, wann du wieder nach Hause fährst? Oder bleibst du hier bis zum Ende deiner Tage? Ich bleibe hier, weil wir begehrt sind. Ja. Bin ich nicht mit meiner Frau hier? Vorne machen wir mit morgens immer. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh. Und's ange ahead. premier Vielen Dank.